EWI! What up Leute, hier kommt's wieder Mert. Heute ist Halloween. Ja, ich dachte mir, ich mach mal einen Halloween-Prank. Und zwar hat meine ältere Schwester gestern bei uns übernachtet, weil mein Schwager nicht zu Hause ist. Und die haben gestern mit meiner Schwester Paranormal Activity geguckt und die war voll in ihrem Film. Meine ältere Schwester, also Gülshan und meine Mutter und die ganz Kleinen, also die Tochter von meiner Schwester, sind unterwegs. Und meine Schwester hatte Nachtschicht. Ich glaube, ich kann sie gut pranken, indem ich einfach mal ein paar paranormale Dinge zaubere. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Ich lass den Daumen hoch da und Peace. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Stirb! Stirb, ich bin es, Mann! Nein, weinst du gerade, ey? Nein, oder? Nein! Céline! Ja? Komm her! Guck mal! Oh mein Gott! Shit! Yes, yes, yes! Happy Halloween! Wie war der Parama-Activity gestern? Verpiss dich! Shit! Check eins, hör! Yes! Das war mein Prank an meine Schwester! Ich habe sie zerstört, Digga! Yes! Genau das wollte ich, Mann! Das war mein Parama-Activity-Prank, Leute! Happy Halloween! Und falls euch das gefallen hat, und wenn ihr Bock auf weitere Pranks habt, dann lass den Damen hoch da! Willst du noch was sagen? Fick dich! Verpiss dich! Verpiss dich, Mann! Auf drei, Mann! Peace! Yo, Leute! Das ist Céline auf ihrem neuen Self-Controller! Okay!